Man soll sich nicht durch das Imperium verrückt machen lassen. Alle Imperien sind untergegangen. Das amerikanische Imperium ist in einer Speziellenkrise. Also wie viele Schlappen die in den letzten Jahren erlitten haben. Wir reden jetzt nicht mal davon, dass sie immer mehr Geld brauchen, weil das drucken sie ja selber. Aber wir reden mal über ihre Schlappen in der Außenpolitik. Jetzt wollten sie was gegen die Russen machen in Georgien 2008. Ja, da haben sie sich da einen Präsidenten rausgesucht, der, die haben jetzt wissen müssen, dass der verrückt ist, der hat ja vor laufender Kamera seine Krawatte verspeist. Dieser Sarkaschwili, das gibt es auf YouTube. Der ist seine Krawatte. Und dem haben die Waffen gegeben und haben den Hoffnungen gemacht, dass er diese Separatprovinzen, die jetzt mehr pro-russisch sind, sich zurückholen könnte. Das war ein Debakel, ja. Die Russen haben diese georgische Streitmacht, die amerikanische und israelische Militärberater hatte, innerhalb von 36 Stunden pulverisiert. Da ist nichts mehr übrig. Dann haben die Amis, dieser Soros, ja, der wird ja auch total überschätzt, meines Erachtens. Ein Großsprecher, ja. Immer mit seinen bunten Revolutionen, die er machen will. Da hat er da die bunte Revolution in der Ukraine finanziert. Madame Timoschenko und ähnliche Vollblutpolitiker mit viel Geld. Ja, okay, das ist sechs Jahre gegangen. Dann kamen die Alten wieder an die Macht, die pro-russisch sind. Vollkommener Fehlschlag, ja. Jetzt Afghanistan. Die Amis sind da, wo sie 2001 waren. Also da haben sie zwölf Jahre lang Krieg geführt. Was weiß ich, eine halbe Million Leute umgebracht. Selber auch einige Verluste gehabt. Und jetzt müssen sie wieder mit den Taliban verhandeln. Das hätten sie damals machen können. Und die ganzen NATO-Truppen, vor allem die Deutschen, die kommen ja aus dem Loch nicht raus, wenn ihnen die Russen nicht die Abzugsrouten sichern. Was ist die volle Blamage? Oder Libyen. Die denken ja, die haben den Krieg gewonnen. Ich meine, da ist nichts gewonnen. Das ist einfach, das ist ein Loch. Die schneiden sich da gegenseitig die Gurgel ab. Letztes Jahr haben sie den amerikanischen Botschafter massakriert. Also die haben es kaputt gemacht, aber nicht für sich gewonnen. Von der Nabucco-Pipeline habe ich vorhin schon erzählt. Ja, das größte Infrastrukturprojekt, was die sagenhaften Erdölschwestern seit vielen Jahrzehnten vorhatten. Nichts draus geworden. Oder wir dachten ja immer, die führen den Afghanistan-Krieg, um eine Pipeline zu legen, irgendwo hin. Hat irgendjemand was vorhin wieder von der Pipeline gehört? Ist tot. Nichts ist da. Irak haben sie in den Krieg geführt, auch schätzungsweise eine Million Leute umgebracht. Auch selber ein paar Verluste gehabt, vom Geld ganz abgesehen. Irak ist heute nicht pro-amerikanisch. Der Regierungschef ist ein Schiit, der guckt eher nach Teheran. Jetzt fangen sie das Ding mit Syrien an. Wir rüsten wieder die Al-Qaida auf, die dann wieder in ein paar Jahren die amerikanischen Wolkenkratzer, mithilfe der CIA natürlich, sprengen. Syrien, ja. Seit zwei Jahren, sagen die, in wenigen Wochen wird Assad fallen. Der kann sich nicht mehr halten und die sind Deserteure. Aber wie viel das da schon desertiert sind, da dürfte es gar keine Leute mehr geben. Und, aber nicht nur, dass sich Assad hält, sondern vor kurzem hat er auch die Gegenoffensive begonnen, diese berühmte Schlacht bei Kusaya gewonnen, das syrische Stalingrad. Jetzt wollen sie es rausreißen, indem sie da Waffen liefern, ja. Aber wie ich vorhin schon sagte, Wüstensöhne und Waffen, das ist auch eine Sache, die man nicht weiß, wie die ausgeht, ja. Also ich gebe Assad eigentlich eine ganz gute Prognose. Die beherrschen das Internet, die beherrschen diese Finanztransaktionen, aber man sieht ja auch, der Iran, ich war ja letztes Jahr da, hält sich nicht so schlecht. Warum? Weil sie jetzt den Außenhandel umgestellt haben, zum Teil auf Goldbasis. Also Indien zahlt mit Gold. Die Türkei zahlt mit Gold. Das heißt, man kann das Imperium umgehen, wenn man am Boden bleibt, und dann können die im virtuellen Raum beherrschen und da Facebook abgreifen und so. Jetzt versuchen sie den Goldpreis noch zu manipulieren, aber das sind ja auch Hütchenspiele, weil der normale Goldinteressent kauft ja weiter Gold. Das heißt, sie haben nur den Preis für Goldzertifikate, den Papiergoldpreis, oder den haben sie mal manipuliert. Jedenfalls, was ich sagen will, das Imperium ist nicht allmächtig. Letzten Endes entscheiden immer noch die Menschen. Sie können versuchen, alles über ihre Maschinen zu drehen. Sie können auch den Krieg über Drohnen intensivieren, aber letzten Endes sind es die Menschen aus Fleisch und Blut am Boden, die den Ausschlag geben. Und da ist die Frage, werden die sich dauerhaft manipulieren lassen oder werden sie beieinander bleiben und sich vernünftig austauschen? Und da habe ich in den letzten Jahren einige Hoffnung gefunden. Das amerikanische Imperium war sehr viel stärker 2006, 2007. Wir haben schon damals vom Iran-Krieg gesprochen. Der Iran hat den Zugriff zurückgeschlagen. Und insgesamt, glaube ich, die Amerikaner werden untergehen. Das amerikanische Imperium ist am Ende. Bye, bye. Grüß Gott.